Hallo, mein Name ist Elisabeth und heute geht es um die Brustwirbelsäule. Für die erste Übung rutschen Sie mit dem Gesäß wieder ins vordere Drittel des Sessels, setzen Sie sich aufrecht hin und bringen beide Hände auf Ihre Schultergelenke, überkreuzt. Die rechte Hand greift auf die linke Schulter, die linke Hand auf die rechte Schulter. Und jetzt machen Sie ganz kleine Bewegungen nach rechts und links, so wie es Ihnen angenehm ist. Versuchen Sie dabei das Becken oder die Oberschenkel stabil zu halten. Sehr gut, das können Sie jetzt eine Minute machen, solange es Ihnen gut tut und dann wieder Arme nach unten nehmen. Für die Übung jetzt greifen Sie in den Nacken. Falls Sie diese Bewegung nicht gut schaffen, falls es zu Schmerzen kommt, können Sie ruhig auch Ihre Arme ausgestreckt lassen. Das wird nur mit der Zeit ein bisschen anstrengend, weil Sie gegen die Schwerkraft halten müssen. Versuchen Sie einfach, wie es angenehmer ist. Ich zeige es Ihnen jetzt so vor. Hände greifen in den Nacken, die Ellbogen ziehen zur Seite und ich drehe oder bewege jetzt den rechten Ellbogen zurück. Schauen Sie mal, wie weit Sie kommen. Der Kopf dreht mit und der Blick geht auch nach rechts. Und dann lösen Sie wieder, kommen Sie wieder nach vor. Die Ellbogen, die bleiben nach außen gerichtet und sinken nicht nach vorne. Also noch einmal Ellbogen zur Seite. Rechter Ellbogen zieht zurück. Kopf dreht sich mit, so weit wie es angenehm ist. Verhangen Sie kurz in der Position. Atmen Sie in den Bauch. Atmen Sie vielleicht auch in die Spannung. Halten Sie und drehen dann wieder nach vor. Achtung, Arme lösen und auslockern. Schultergelenk nach hinten oder Schultern nach hinten kreisen. Wunderbar. Wir greifen noch mal in den Nacken. Ellbogen sind zur Seite gerichtet und Sie drehen sich nach links. Linker Ellbogen zieht nach hinten, so weit wie Sie es schaffen. Blick ist gerade. Blick ist zur Seite gerichtet, nach links. Und wieder in die Mitte kommen. Achtung, wieder lösen. Schultern zurück kreisen. Wenn Sie diese Bewegung jetzt nicht schaffen, lassen Sie die Arme ausgestreckt und drehen Sie sich so nach rechts. Die Fingerspitzen zeigen jetzt nach rechts hinten. Achten Sie darauf, dass Sie hier eine Linie bilden. Dass dann nicht das passiert, dass der linke Arm noch weiter geht, sondern die sind stabil einer Einheit. Dasselbe geht auch nach links. Und wieder zurückdrehen. Gut. Wieder lösen. Greifen Sie noch einmal auf Ihre Schultergelenke über Kreuz und pendeln Sie noch mal aus. Sehr gut. Für die zweite Übung. Selber Ablauf. Greifen Sie in den Nacken. Sie bewegen sich wieder zurück. Ellbogen zieht nach rechts hinten. Und dieses Mal bewegen Sie den Ellbogen auch leicht Richtung Boden. Halten Sie die Spannung. Atmen Sie weiter. Und kommen Sie dann wieder in die Mitte zurück. Und wieder lösen. Schultern kreisen. Und dasselbe dann noch einmal in die andere Richtung. In den Nacken greifen. Ellbogen zur Seite ziehen. Linker Ellbogen zieht zurück. Und nach unten Richtung Boden. Halten Sie da. Spüren Sie die Spannung. Atmen Sie dort hin. In den Bauch. Und kommen Sie dann wieder nach oben. Ellbogen wieder nach oben richten. Zur Seite. Und Arme wieder lockern. Schultern noch einmal kreisen. Ruhig auch abwechselnd. Einmal greifen Sie jetzt noch auf Ihre Schultern überkreuzt. Und pendeln noch einmal in Ruhe aus. So lang, wie es Ihnen angenehm ist. Schauen Sie auch, wie weit Sie gehen möchten. Zur Auslockerung empfehle ich Ihnen aber nur einen kleinen Bewegungsradius, dass Ihr Blick immer nach vorn gerichtet ist. So, das war es für heute mit der Mobilisierung der Brustwirbelsäule. Danke fürs Mitmachen.